Musik 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 Wir gehen zur gleichen Zeit raus, ja? Also warte noch, warte noch Ich bin bei mir nicht angeschlagen Ich brauch... Chris das Fenster bei dir ist aufgeschossen Ja, er hab nicht gemacht Schlag Michi Jetzt schnell 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 Wo wurde gesmoked? Ok, zwei Leute Einer ist drin, einer ist drin Einer ist drin Welchen Raum konkret gibt's gerade? Einer ist drin, in Bombe A Der ist Rauch, ich kann nicht In Bombe A drin einer In Bombe A drin einer Höchst 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 Das schade ist drin Einer ist drin Höchst Eins Höchst Höchst Der Discord ist aber auch kack. Der Discord ist aber auch kack. Das ist super. Aber Michi, wir haben es geschafft. Schön, schön. Ost rein. Keiner. Gott, nicht wirklich. Ich bin blind. Ich habe den Dock am ersten Mal überhaupt nicht gesehen. Fast ein Ace. Ein Killfilter. Der war zum Glück ein bisschen groggy, glaube ich, der Dock. Wir sind zu dritt oben am A-Fenster. Wir haben alle eine nach dem anderen. Ich bin blind. Warum auch nicht? Ist ja das gleiche. Äh, Fetcher? Äh, ja. Kommst du zu mir? Ach, da oben. Nee, hier unten. Okay, also drei Leute gucken mich grad an. Lesion. Zwei CTs wurden schon auf mich geschmissen. Von Mira und von Smith. Dahin, on ping. Von Mute? Ich fange genau auf ping. Also da ist ein Mira Fenster und ein Lesionfall. Und ein Mira... Mute guckt da grad. Der kann sich da durch. Ah, Mute, push mich. Mute, push mich. Einer ist injured. Ist jammed. Alexa, ist jammed. Okay. Ich habe erster stört. Ich muss es genau auf den Hedge werfen. Genau. Aber da ist noch eine Mira? Ja, ich... Ja, ich komme wegen dem Fenster nicht weg. Ich wusste nicht, dass es nicht rollt. Ja, Mira. Jetzt Michi. Geht auf anscheinend. Genau in der Ecke glaube ich. Ich lade nach. Sie ist genau in der Ecke, sie ist genau in der Ecke. Ich bin jetzt direkt am Fenster. Da ist direkt auch ein Lesion. Da siehst du. Eine Markierung. Ich sehe den Karten. Der ist die. Der ist die. Die Nightmarkierung von Jack is Lesion. Ich will nur anhitten. Wir nicht. Doch, tot. Es sind Meeting Hedges offen, Michi. Die ist schon bald tot. Mach sie bitte noch auf. Es ist nur noch einer. Mutex ist... Mutex ist... Ist auf dem Ping momentan. Pushed. Könnt ihr jetzt in dem Zeitraum oder auf dem Hallway sein? Hier, oder? Ich glaube, wechseln hier, oder? Nein. Vor mir, vor mir, vor mir. Ich habe auch noch einen Schuss auf mein Schild. Finca ist in CCV und Fuse steht vor Bombe A. Und dazu kommt Le... Äh nicht Le... Äh äh Lion. Wird man von der Drohne eigentlich auch entdeckt, wenn man die Kamera nach links und rechts schwenkt? Oder nur wenn man sich... Nein. Nur wenn du dich bewegt. Office Tür! Office Tür! Das sind 5! 2 getötet... 1... Fuse ist fast down. Verlade doch mit deiner Fähigkeit da auf. Schau mal. Können die... Machen, ne? Dann hast du einen langen Winkel in den kleinen Raum sogar noch. Ich muss erstmal kurz jetzt... Bisschen Safer stehen. Okay. Ich muss denen jetzt helfen, ansonsten wird er weggerusht. Ihr habt keinen Diffuser, ne? Oh ja, Jäger ist hinten. Blitz bandet manch, bandet bandet. Keinen Diffuser habt ihr, ne? Ich weiß. Guck, Teamwork. Der ist irgendwo da unten. Hä? Ach so, der schießt einfach so durch. Au. 30 Sekunden. Ja. Ja. Wirst du umgefällt, ist er im Soft Legion. Ja. Ja, fuck. Der ist tot. 10 Sekunden. Oh, ich bin auch tot. Alter, man frest das. Verdammt, das klappt ja sogar. Warte. Von links kommt einer rechts. Warte einfach. Ich bin grad... Alter, was ist das denn? Ich bin grad super, super nervös, okay? Keine Ahnung. Egal, warte. Was schon... Was noch Flashes, ne? Wenn die reinkommen. Du stehst mit dem Rücken zum Loch. Du stehst mit dem Rücken zum Loch. Nein. Der war halt injured. War das ein Ace? Nein, ich hab einen. Ey, scheiß. Egal. Alter. 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 Ich hab den Rook sowas von verkackt, ne? Doch, das war ein Ace. Ich hab den nämlich nicht bekommen. Das war nur ein Kindersitz. Ey, ich hab den Smoke ja auch nicht gefüllt. Nur von KP hatte der noch. Das war ein Ace. Ach, geschreckt. Der ist mit Blitz. Ach, zu. War das hässlich. Aber es hat funktioniert. Hässlich gleich. Okay. Ja, ich dachte, er wird jetzt von hinten abgeknallt. Man konnte ja nicht sehen, ob der verletzt ist. Ja, das konnte man schon sehen. Aber ich hab den... Mein ganzes Magazin braucht, um nichts zu verletzen. Jeder Schuss daneben, fast, ey. Das geht nicht. Doch. Da ist ein... Ja, der war ein Bench. Planten? Nein! Vorm Gang aus. Ach, verdammt, ich hatte halb roto. Plant by the way. Plant it, plant it, plant it. Der Windham hatte plant. Plant, die Banner. Die Banner. Bist du wieder mit dem Handy da, Alex? Äh, ja. Ja, klar. Ist das der Alex? Ja. Hört sich anders an? Ja, ja, hört sich anders an. Von der Garage aus. Also, da hinten. Markiert. Ist einer. Vielleicht sogar... Ah, f**k, 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 f**k. Nein, er hat mich... ... 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 Hey Chris, vor der Tür direkt. War das Line? Hier vor meiner Tür war eben noch ein Line. Ich weiß nicht wohin. Was? Was? Jetzt sind die Tür. Die kommen aber nicht dadurch, wenn sie keinen Türmacht haben. Oder die Bahner. Kürz? Ja. Die sind, glaube ich, beide oben. Aber aufpassen, sie kommen da nicht durch, wenn sie keinen Tormat oder den Zahn haben. Was? Was, Alter? Ja, was sollten die sonst noch machen? Die mussten dann doch nicht. Die den Geld nicht schenken? Keine Ahnung. Ja, sonst, ja, die Runde ist so oder so verloren, aber du könntest wenigstens nur versuchen, also das ist... Ja, oder, naja, ja, okay, aber jetzt hat er die den Geld geschenkt, oder? Ja, aber ganz ehrlich, das hätte ich auch gemacht. Hehehe, liegt nicht. Ja, ja, kann ich. Ähm, das sind unsere Jungs, ne? Ja, oben ist ein Puls. Da sind... Da ist oben noch ein Dock. Alphas... Das ist echt cool, die Fähigkeiten. Ein Dock war auf der anderen Seite. Wir wurden gesprallt. Das war nur du, ich will. Nein. Bei mir stand das auch nicht, aber... Das war so dumm. Ach so, was meinst du? Ne, die Lampe war rot deswegen. Ja, ja. Mach mal den Dock mal auf. BIS! Ach. Was wir nicht sehen können? Nein. 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 Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal bitte her. Bleib halt auf den. Ah! Du bist gefeuert. Oh mein Gott, ich war drauf rein. Ey, ich weiß, ich meine ich muss, verdammte Scheiße. Du weißt, ich verlaufe mich so schnell. Ja, lauf mal da hinten hin, so. Wo sind wir? Ich verstecke das Wand hier. Warum nicht? Mach das doch mal. Dieser Wand ist toll. Die magische Nhet. Also, wenn Steffen jetzt ganz schnell alles runterladen könnte, dann könnte er auch mit seinem Zweilerlauhr springen. Steffan, du hast mit dem in den Film geguckt, der war bei dir da raus. Ach der Steffan? Oh mein Gott, der ist der Schlitträger Montanje. Halt mal kurz die Stellung. Ja, ja. Ich hab nur zehn Kollegen. Ja, achte so ein bisschen auf Montanje, aber vor allem auf seine Kollegen. Fuck, da kommt einer, ne? Ja, halt einfach die Stellung. Versuch nicht zu sterben, aber halt die Stellung. Ich versuche jetzt von der anderen Seite zu kommen. Ich versuche jetzt, dass wir die in die Zange nehmen können. Oh Gott, ich hab Herzschot kassiert direkt. Okay. Ach, ich hab nicht mehr gesehen. Hast du die Stellung gehalten? Das tut mir leid, ich bin zu früh gestorben. Schande. Nein! Wow! 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 Das war cool. Quasi eh kaputt. Wie lange kannst du dich so lautlos machen? Äh, dass du siehst unten rechts keine Fähigkeit, ne? Äh, ich seh gar nix. Gar keinen Balken, der abhört oder so n Kringel. Die haben mich getötet! Hinternehmen ist einer, ne? Okay. Alter! Alter! Nein! Oh du Wichser! Oh, ich hasse dich. Das wär mal 4k gewesen. Aber wie ich vorsichtig so gleich mal reingelaufen wäre. Huiuiui. Aber ich hab nur eine Frage. Wie wird das da sein? Was? Gleich, gleich. Was ist das dort? Ähm, das ist von uns jetzt, ne? Das ist ein Angreifer, ne? Dieser Leon. Äh, allein ist einer von uns da. So, Michi, hast du mir gerade das Ace geklappt? Ähm, was? Mann, 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 Mann. Er stand direkt vor mir, Mensch. Ja, Mann, ich hab ihn doch grad nicht noch gesehen. Unser teammate hat ihn nachher durchgelassen. Fuck. Darf ich schon sagen, war doch einer. Ja. Ist das eine Pistole? Ja. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ja. Ach so, das. Du Huren doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Ich tänze mit der Gänse. Ah,веin! Oh mein Gott! Ahhhh